die marke des tages heute knut und knut kennt ihr alle denn ikea hat es geschafft und den knut und durch seine werbung ins gedächtnis einzupflanzen knut ist der tag an dem die weihnachtsbäume eben aus den fenstern geworfen werden und tatsächlich ist heute am 13 januar in norwegen schweden und finnland knut tag das ende der weihnachtszeit an dem die weihnachtsbäume abgeschmückt und tatsächlich entsorgt werden das ist für die kinder ein großes fest denn dort sind die weihnachtsbäume mit süßigkeiten behängt und klar wenn man einen weihnachtsbaum leer macht abräumt und entsorgen will dann müssen die süßigkeiten vernichtet werden wäre auch was für mich und markenrechtlich ist knut natürlich mehrfach als marke eingetragen marke des tages heute knut und wir hören uns dann morgen wieder zur neuen marke des tages servus